Dann das Thema Arbeitsunfall. Kommt vor, kann passieren, wer haftet? Sind die Mitarbeiter krank? Das ist egal, ob das jetzt aus einer normalen Krankheit resultiert oder aus einem Arbeitsunfall hat, der Arbeitgeber entsprechend eine Dauer Entgeltvorzahlung vorzunehmen. Und kommt es zu einem Arbeitsunfall und zur Entgeltvorzahlung nach dem Arbeitsunfall, ist der Arbeitnehmer meistens noch ein bisschen besser geschützt als bei der normalen Krankheit. Und überdies, und das ist, glaube ich, die Frage von der Frau Haas, ist der Arbeitnehmer noch einmal geschützt am Arbeitsunfall, weil der Arbeitgeber hier einen Unfallversicherungsbeitrag abführt. Das ist 1,3 Prozent des Bruttoverdienstes der Mitarbeiter. Für alle Mitarbeiter führt er diesen Beitrag ab und damit sind alle seine Mitarbeiter besonders unfallversichert. Was bedeutet, passiert ihnen ein Unfall bei der Arbeit oder vom Weg zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause, dann sind sie geschützt und alle Unfälle werden besonders behandelt in der Form, dass eventuell bei dauerhaften Schädigungen eine versehrten Rente gebührt oder Umschulungskosten übernommen werden oder besondere Rehabilitationsmaßnahmen erfolgen, besondere Spitalsaufenthalte übernommen werden. Oder auch eventuelle Umbauarbeiten beim Haus vorgenommen werden, wenn wirklich ganz gravierende Einschränkungen vorliegen. Also sind wir in Österreich hier eigentlich gut aufgestellt? Das muss man wirklich sagen. Also im Unfallversicherungsbereich ganz sicher. Schönen Sieg. 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 Schönen Sieg.